CD Projekt wird von Hackern erpresst, die Terraria-Entwickler stampfen wegen Googles Verhalten die Stadia-Version ein und die E3 2021 soll stattfinden, zumindest digital. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News am Dienstag. CD Projekt und dessen Entwicklungsabteilung CD Projekt Red sind offenbar Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das bestätigt das Unternehmen in einer Stellungnahme auf Twitter. Demnach sollen sich unbekannte Zugriff zum Firmennetzwerk verschafft haben und Teile davon verschlüsselt haben. Die Hacker erpressen CD Projekt jetzt und drohen mit der Veröffentlichung der Quellcodes von Cyberpunk 2077, Witcher 3 und Gwent. Außerdem sollen auch Finanz- und Personaldaten von CD Projekt erbeutet worden sein. Wenn CD Projekt nicht innerhalb von 48 Stunden Kontakt mit den Erpressern aufnimmt, dann würden all diese Daten veröffentlicht. Ein Lösegeld wurde bisher aber noch keins gefordert. CD Projekt hat sich dazu aber entschlossen, nicht auf diese Bedingungen einzugehen und stattdessen den ganzen Fall öffentlich zu machen. Durch Backups hat man außerdem die verschlüsselten Daten bereits wieder zurückholen können. CD Projekt geht zur Stunde nicht davon aus, dass private Kundendaten gestohlen wurden, hat aber trotzdem natürlich die Polizei eingeschaltet. Die Folgen für CD Projekt dieses Hackerangriffs könnten heftig sein, denn zum einen drohen die Hacker mit der Weitergabe von internen Dokumenten an Journalisten, zum anderen ist natürlich die mögliche Veröffentlichung der Quellcodes für Cyberpunk 2077, Witcher 3 und auch Gwent hochbrisant, denn damit kann man die Spiele illegal vervielfältigen und ohne Grenzen manipulieren. Vor kurzem hatten wir darüber berichtet, dass Google bei Stadia eine neue Strategie verfolgt, seine internen Entwicklerstudios geschlossen hat und stattdessen jetzt externen Entwicklern und Publishern die Chance geben will, dass die ihre Spiele auf Stadia veröffentlichen. Im Fall von Terraria ist das jetzt aber so ziemlich in die Hose gegangen, denn da meldet sich jetzt der Chefentwickler Andrew Spinks auf Twitter und erklärt die Stadia-Version sei hiermit eingestampft. Der Grund ist skurril, denn er sagt, er stampft diese Version ein, weil er seit drei Wochen keinen Zugang mehr auf seinen Google-Account hat. Trotz mehrerer Versuche, die Google-Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass er da wieder Zugriff braucht, hat ihm dann niemand geholfen. Er hat also keinen Zugriff auf seine ganzen Mobile-Apps, auf seinem Handy, seinen YouTube-Kanal und am schlimmsten auch nicht mehr auf seinen Google-E-Mail-Account. Er hat sich deshalb jetzt entschlossen, dass sein Entwicklerstudio nicht mehr mit einer Firma zusammenarbeiten will, die so mit ihren Kunden umgeht. Demnach ist die Stadia-Version von Terraria jetzt hiermit offiziell abgeblasen. Obwohl man in Zukunft nicht mehr mit Google zusammenarbeiten will, soll diese Entscheidung sich nicht auf bereits veröffentlichte Terraria-Versionen auswirken. Man kann also weiterhin Terraria über Google Play kaufen und wer es da gekauft hat, bekommt auch weiterhin Support. Noch diese Woche soll sich die Zukunft von EAs gescheitertem Online-Shooter Anthem entscheiden. Das berichtet das Magazin Bloomberg und erklärt, dass diese Woche bei EA Manager darüber entscheiden, ob die Entwicklung von Anthem weiter fortgeführt oder komplett eingestampft wird. Anthem ist ja 2019 erschienen, ist dann ziemlich schnell untergegangen und dann hatte man sich bei BioWare entschieden, man probiert es nochmal mit einer rund erneuerten Version von Anthem unter dem Titel Anthem 2.0 oder Anthem Next. Geführt wurde dieses Team von Chris Daly, der hat BioWare jetzt aber im Dezember 2020 wieder verlassen. Wie es jetzt also weitergeht mit der Entwicklung dieses Anthem 2.0, das muss EA jetzt diese Woche entscheiden. Damit man das Spiel aber effektiv weiterentwickeln kann, müsste sich die Teamgröße mindestens verdreifachen. Mehr dazu werdet ihr dann erfahren, wie gesagt, wenn EA das auch angekündigt hat. Anthem ist im Februar 2019 erschienen, mit großen Ambitionen konnte dann aber kaum Spieler halten durch eine sehr knappe Kampagne und fehlende Inhalte. Die Spielemesse E3 soll 2021 wieder stattfinden, zumindest digital. Das geht aus internen Pitch-Dokumenten des Veranstalters ESA hervor, das das Magazin Videogames Chronicle einsehen konnte. Demnach soll es vom 15. bis zum 17. Juni an jedem Tag einen mehrstündigen Livestream mit Spielepräsentationen, Keynotes und mehr geben. Am 14. soll es zudem so eine Art Preview-Night geben und über all diese Tage verteilt soll es für die Spieler zu Hause herunterladen und streambare Spiele-Demos geben. Noch hat aber kein großer Publisher zugesagt. Wie gesagt, das sind nur die internen Pitch-Dokumente und es ist alles andere als sicher, dass dieses Jahr große Publisher auf jeden Fall bei der E3 dabei sein werden. Denn letztes Jahr ist sie ja ausgefallen und da hatte jeder größere Publisher ein eigenes Event gemacht, wie z.B. Ubisoft, Sony oder Electronic Arts. Wir müssen also mal abwarten, ob dieses Jahr dann überhaupt die großen Publisher bei der E3 dabei sind. Vom einen Online-Showcase geht's zum nächsten, denn der steht direkt vor der Tür. Epic plant nämlich den Epic Games Spring Showcase und der soll schon am 11. Februar beginnen. Das soll so eine Mischung aus Spiele-Ankündigungs-Livestream und Epic Games Store Rabattaktion sein. Denn am 11. Februar soll es auf dem eigenen Twitch-Account von Epic jede Menge Ankündigungen von Exklusivspielen mit neuem Gameplay geben. Konkrete Titel wurden da zwar noch nicht genannt, aber gegenüber dem Magazin PC Gamer hat man gesagt, man wird in den nächsten zwei Jahren im Epic Games Store mehr Exklusivspiele als bisher insgesamt auf dem Epic Games Store begrüßen dürfen. Außerdem beginnt wie gesagt dort eine Rabattaktion im Store mit Rabatten zu spielen wie Assassin's Creed Valhalla, Hades, Cyberpunk 2077, Jedi Fallen Order und Star Wars Squadrons. Das läuft dann bis zum 25. Februar. Der Borderlands-Kinofilm hat eine weitere Rolle besetzt, nämlich Jamie Lee Curtis. Die spielt Dr. Patricia Tannis. Dr. Tannis ist in allen drei Teilen der Hauptreihe dabei gewesen und gilt im Borderlands-Universum als eine Expertin für die sagenumwobenen Vaults. Neben Curtis sind auch andere Rollen bereits bekannt, Kevin Hart soll unter anderem Roland spielen und die Sirene Lilith wird von Cate Blanchett verkörpert. Die Regie führt Eli Roth, das Drehbuch für den Borderlands-Film kommt von Craig Mazin. Noch gibt's aber keine Infos zu nem möglichen Kinostart und Bilder oder nen Trailer gibt's bisher auch noch nicht. Forza Horizon 4 kommt nochmal für den PC. Mehr als zwei Jahre nach dem Release im Xbox- und Windows-Store kommt das Spiel jetzt auch noch auf Steam. Und zwar am 9. März. Die Version ist dann kompatibel für Crossplay mit allen bisherigen Forza Horizon 4-Versionen, bekommt aber keine großartigen Bonus-DLCs. Alle DLCs müssen also separat gekauft werden. Gestern hatten wir davon berichtet, dass der Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka in einem Interview mit dem Kanal L-Hub erklärt hat, er würde im Sommer ein neues Geheimprojekt ankündigen, auf das alle Fans hoffen. Kurz danach wurde dieses Video dann gelöscht und das große Mysterium war, ja wer hat denn die Aufforderung abgeschickt, dass das Video gelöscht werden muss? Alle hatten natürlich angenommen, die kam vom rechte Inhaber von Silent Hill Konami. Konami dementiert das jetzt aber. Also wurde das Video nicht im Geheiß von Konami gelöscht, sondern von irgendwer anders. Das heißt, das Rätselraten, welches große Projekt Yamaoka da im Sommer ankündigen will, geht weiter. Und das war's schon wieder mit den News am Dienstag. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gut informiert habt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne auch diesen Kanal am besten mit der Glocke, um keins unserer Videos zu verpassen, wie zum Beispiel unseren MMO-Ausblick, den Natascha für euch gemacht hat, oder unsere Preview zu Humankind von Maurice. Der nerdet übrigens heute ab 18 Uhr auch zusammen mit MrMurb auf unserem Twitch-Kanal Max zum Thema Total War Warhammer ab, denn die beiden freuen sich schon ziemlich auf Total War Warhammer 3. Die News gibt's wieder morgen. Bis dahin, weiterspielen.